Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 11. Februar. Ja, der Martin hat heute und morgen nochmal frei bekommen, also den werdet ihr erst am Mittwoch hören können. Und heute versorge ich euch mit den Themen OKCupid, Facebook, Uber, Apple und Spotify. Beginnen tun wir mit OKCupid. Das ist eine Dating-App, die ist in Deutschland, glaube ich, eher weniger verbreitet und bekannt. Wir hier kennen wahrscheinlich alle Tinder und ja, sowas ähnliches in die Richtung ist es halt. Wie gesagt, unterm Strich ist eine Dating-App. Und ja, was da passiert? Anscheinend gibt es einen Daten-Hack. Also ganz viele Nutzer haben berichtet, dass ihre Konten gehackt worden sind, dass man nicht mehr darauf zugreifen kann, dass Sachen geändert wurden. Und OKCupid sagt selber, nee, es gab keinen Daten-Hack. Das hätten die Nutzer selber gemacht. Also das ist so ein bisschen hin und her. Aber ich würde gefühlt eher auf Seite der Nutzer sein. Denn warum sollten die sowas jetzt erfinden und auch nicht nur einer? Von daher muss man da einfach mal weiter gucken in den nächsten Tagen und Wochen, ob da nicht wirklich der nächste große Daten-Hack ist, wo vielleicht auch nicht so schöne Fotos, Bilder, Texte im Netz dann erscheinen. Ja, nächstes Thema. Facebook. Die haben eine Firma gekauft. Passiert ja ab und zu. Diesmal haben sie nämlich Grog Style gekauft. Grog Style kennt wahrscheinlich auch keiner. Ich kannte die auch nicht. Die haben eine Suchtechnologie entwickelt, die auf Fotos basiert. Also man fotografiert ein Objekt und kann dann damit online nach ähnlichen Objekten suchen. Die Funktion hat Ikea auch schon verwendet in einer App und war auch total begeistert. Hat die, glaube ich, ratzfatz eingebunden. Und Facebook ist anscheinend ähnlich begeistert und hat sie jetzt entsprechend gekauft. Für wie viel weiß man nicht, aber die Firma wird dann wirklich in Facebook integriert. Das Team wird darüber moven und mal schauen, was Facebook dann damit anstellt. Logisch wäre zum Beispiel eine Integration in den Facebook Marketplace, denn da können ja zum Beispiel Objekte gesucht werden, die man vielleicht kaufen will, anhand entsprechend dann mit einem Foto. Nächstes Thema. Uber. Die haben unter anderem auch elektro-unterstützte Fahrräder am Start unter dem Branding Jump. Ich habe, wo habe ich denn da eins gesehen? Ich glaube in Lissabon oder in London. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber jedenfalls das Hauptgebiet von denen, wo sie die testen und aktiv sind, ist San Francisco. Und dort haben sie ursprünglich mit 250 Fahrrädern angefangen, haben dann im Oktober nochmal 250 nachgeschoben, sind also bei 500. Und haben jetzt berichtet, dass 63.000 Menschen damit 625.000 Fahrten gemacht haben. Und das ist ein Durchschnitt für jedes Jump-Bike von sieben Fahrten pro Fahrrad pro Tag. Und wenn man das vergleicht mit so klassischen Mietfahrrädern, also die, die so in so Docking-Stationen stehen, das ist nämlich auch nochmal der Unterschied. Die Jump-Rides, die stellt ihr einfach irgendwo ab, genau wie bei den Elektro-Tretrollern und Elektro-Scootern. Ihr nehmt die, ihr stellt die ab, die App sagt euch, wo eins steht. Und die klassischen Mietfahrräder stehen ja in so Docking-Stationen am Bahnhof und an U-Bahn-Stationen. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also, die Jump-Bikes haben sieben Fahrten pro Tag pro Kunde, äh nicht pro Kunde, pro Fahrrad. Und ganz normale Mietfahrträder, die haben im Schnitt ein oder auch sogar zwei Fahrten pro Tag. Und das ist nicht so viel. Also, auf jeden Fall sehr erfolgreich und gleichzeitig sieht Uber auch, dass die normalen Uber-Fahrten, also mit Autos, zurückgehen. Und auch in Kombination, wenn man halt einen Jump und einen Uber danach dann mietet, um vielleicht erstmal eine kurze Strecke zu übernehmen und dann eine längere. Auf jeden Fall ganz interessante Daten und man sieht, wie breit mittlerweile Uber auch aufgestellt ist als entsprechender Mobilitätsanbieter und nicht nur als Carsharing-Anbieter. Nächstes Thema, Apple. Heute stehen ja die Grammys an. Also, wenn ich richtig lege, müssten die heute anstehen. Ähm, beziehungsweise, wenn ihr das hört, natürlich gestern angestanden sein. Und Apple hat ein neues Ad rausgebracht, also ein Werbevideo, das dann wahrscheinlich auch im Fernsehen gezeigt wird in Amerika. Und ihr könnt euch das natürlich online auch angucken. Der Link ist in den Shownotes, das ist ein Artikel von TechCrunch. Und in dem Video sind die Musiker Ariana Grande, Khalid und Florida Georgia Line zu sehen, die entsprechend als Memojis, das sind ja die virtuellen Abbilder, die man in Apple mit iOS erstellen kann. Ja, die entsprechend singen da und sind animiert und eigentlich wirklich schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine riesen Popularität bringt, dass die Memojis und Animojis dann mehr benutzt werden. Wir hatten ja auch im letzten großen Geek Talk in der News-Folge auch noch, da witzigerweise drüber geredet. Von daher, ja, schauen wir mal. Und letztes Thema für heute, Spotify. Die haben ja schon länger damit zu kämpfen, dass das Spotify Free Angebot, das ja durch Werbung finanziert wird, entsprechend auch öfters mal umgangen wird mit der Werbung. Sprich, durch Adblocker und durch irgendwelche Tipps und Tricks. Das ist natürlich ein Problem, weil das freie Angebot finanziert sich ja entsprechend daraus. Und da wird Spotify jetzt ein bisschen die Daumenschrauben anziehen und hat entsprechend auch neue Guidelines rausgegeben, die Nutzer informiert, dass wenn so etwas rausgefunden wird, dass die Nutzerkonten entsprechend suspendiert werden oder vielleicht sogar komplett gelöscht. Tja, ich finde prinzipiell richtig, denn ja, Werbung kann man jetzt mögen oder nicht. Aber wenn die Werbung dazu dient, einen Dienst zu finanzieren, den man selber dann frei nutzt, dann finde ich, sollte man das auch akzeptieren. Und auf der anderen Seite bin ich ja immer dafür, Leute akzeptieren Werbung weitaus eher, wenn die Werbung einfach gut ist. Ja, schauen wir mal, wann die ersten Konten da jetzt gesperrt werden und wann der Aufschrei entweder kommt oder vielleicht sogar gar nicht. Weil die Leute denken, okay, wir haben da was nicht Korrektes getan, das ist das Resultat und dann lege ich mir einfach ein neues Konto an. Das ist ja heute auch schnell gemacht in Zeiten der schnellen E-Mail-Adressenerstellung. Ja, das war es dann aber auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Montag, in die Woche. Ja, guten Arbeitsstart, guten Schulstart. Je nachdem, was ihr macht. Vielleicht habt ihr auch frei. Bleibt positiv und wir hören uns dann morgen nochmal. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.